Hallo Marc. Servus. Ich denke, wir können sich mal gerne vorstellen. Also das ist der Landschaftsfotograf Marc Roberts aus Augsburg. Den haben wir heute hier zu Gast. Und zwar hat er ein Bildband gemacht, das wollen wir jetzt mal reinschauen. Und zwar der Lech von der Quelle bis zur Mündung. Und da hast du uns ja eine sehr schönes Folie oder eine Präsentation mitgebracht. Das ein oder andere Bild zwischen Quelle und Mündung, ja. Gerne. Also ich habe auch schon reingeschaut. Wir haben ja schon ein paar Bilder mit reingetan. Du hast mir schon ein paar Bilder zugeschickt. Also ich muss sagen, die Bilder sind sehr, sehr schön. Aber im Vergleich zu den Fotografien, die du tatsächlich im Buch gedruckt hast, noch mal ein Unterschied. Ja, wir haben jetzt auch in der Powerpoint ein paar andere Sachen mit drin. Nämlich die Bilder, die eben keinen Zugang in das Buch gefunden haben. Und ich finde das eine schöne Mischung. Dann kann man noch so die kleinen Geschichten drumherum miterzählen. sind. Sind wir mal gespannt. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir legen mal los. Aus Landsberg. Haben wir jetzt auch noch jemanden da? Schön. Also ich habe hier schon ein paar Gesichter aus Hamburg gesehen. Also ich glaube, wir haben jetzt auch alles... Dietmar, hallo. Alles quer wird mit drin. Gut, Marc. Dann würde ich sagen, ich bin schon sehr gespannt, was ich noch zu den Bildern erfahren kann. Wir haben das jetzt erst mal so gemacht, dass auch jeder zwischendurch Fragen stellen kann. Das heißt, die Mikrofone haben wir jetzt erst mal nicht ausgemacht. Ich würde euch aber trotzdem bitten, euch da ein bisschen kurz zu fassen. Es wird jetzt ungefähr eine Stunde dauern. Knapp, denke ich mal. Wir können so ein bisschen variieren und dann legen wir einfach los. Und das heißt, fragt gerne, wenn zwischendurch irgendwelche Fragen aufkommen. Wird das zu viel, dann würden wir sagen, würden wir das erst mal da kappen und dann am Ende des Vortrags mal, können nochmal Fragen gestellt werden. Gerne. Aber ansonsten, wenn es von eurer Seite erst mal Fragen auf der Seele brennen, dann gerne raus. Auch über den Chat. Wenn im Chat was drinsteht, dann stelle ich den mal gerne an dich. Gut. Gut. Ich bin sehr gespannt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Dann würde ich auch sagen, zum einen recht herzlichen Dank für die Einladung und zum anderen schauen wir mal, was der Lech so alles zu bieten hat. Ich glaube, jeder von uns kennt so diese Eselsbrücke noch aus Schulzeiten. Illerlech, Isar Inn fließen rechts zur Donau hin und dann gab es natürlich noch Wörnitz, Alpen mit Nab und Regen. Sie kommen mir von rechts entgegen. Entschuldigung, von links, da haben wir schon den ersten Feutschen. Und wenn wir uns das Ganze mal auf der Karte anschauen, dann sehen wir auch sehr schön, wie sich die Alpen ausgeprägt haben, wie die Flüsse heute dargestellt, nicht dargestellt, sondern die Flusstäler, die sie durchlaufen. Und formgebend für den Prozess ist natürlich die vergangene Eiszeit. Und da blenden wir jetzt mal auf die Austria Rock um. Das ist eine Darstellung der Wirmeiszeit zum Hochglacial. Das heißt, wo wir die maximale Ausdehnung der Gletscher hatten. Und den Gletscher als solches, den schaue ich jetzt gerade, genau da ist die Maus, den finden wir jetzt hier in diesem Bereich. Das geht hier rüber, also hier kommt die Iller mit rüber und hier kommt der Lech als solches mit rein und schließt dann hier in Richtung Donau entgegen. Und wenn wir uns das Ganze dann anschauen zur Eiszeit, ich habe jetzt hier auf dem Bildmaterial aus Island und aus Spitzbergen zurückgegriffen, dann kriegen wir ungefähr ein Gespür dafür, wie sich die Gletscher einstmals ausgedehnt haben, wenn sie eben den alpinen Bereich verlassen haben. Und wir sehen hier auch sehr schön, dass zur damaligen Zeit eben nicht nur Eis durchs Land geschoben wurde, sondern dass sie auch in der Masse sehr viel Steine mittransportiert haben. Und da ist speziell für das Lechtal interessant. Wir finden heute, wenn wir auf den Kiesbänken unterwegs sind, immer wieder Steine. Die haben gar nichts mit den nördlichen Kalkalpen zu tun. Da kommen auch einmal Granit und Gneiss mit vor, wo man sagt, wie kommen die da rein. Das ist beispielsweise eine Geschichte, die erklärt der Peter Nasemann sehr schön in seinem Buch Der Lech im Gebirge. Da geht es dann eben um die Geschichten, wie kommen die Steine bzw. welche Steine kommen im Lechtal vor. Das Ganze gibt es noch mal in der leicht abgewandelten Form von der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, von der Salzach. Auf die Salzach kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist dann deutlich kompakter mit den Kieselsteinen, die dort beispielsweise anzutreffen sind. Ein Thema, das wir auch haben, das sind sogenannte Eisstauseen, die sich früher gebildet haben, als sich die Gletscher zurückgezogen haben. Und hier haben wir stellvertretend den Jürges Hallern. Momentan Größe ungefähr 18 Quadratkilometer, was den Stausee, oder nicht den Stausee, sondern den Eisstausee anbelangt. Und da haben wir Vergleichbares später auch am Lech, auf das wir dann eben noch mal stoßen werden. Hier jetzt mal die Geografie ganz nackig, ohne irgendwelche Bodenbelege. Da sehen wir dann noch mal, wo sich die einzelnen Täler ausbreiten. Ich habe hier oben mal Illerlech, Isar und Inn mit angezeigt. Wenn wir heute dort über Lebensräume sprechen, dann verschwinden Iller und Inn und stattdessen kommt die Salzach noch mit dazu. Das sind alles drei relativ ähnlich, also die drei Flussbetten, Flusslandschaften, haben relativ den gleichen Lebensraum. Wir sehen eben weite Schotterfluren, Fließgewässer, das sich weit verzweigt. Wir sehen Totholz mit drin. Das haben wir hier am Lech, genauer gesagt am Tiroler Lech in der Nähe der Johannesbrücke bei Weißenbach. Wir hätten das zwischen Wallgau und Vorderriss an der Isar. Und die Salzach hier bei Golling zwängt sich gerade noch durch eine Schlucht mit durch. Und das ist ein Los, das hatte sowohl der Lech als auch die Isar zu bewältigen. Also somit können wir da schon sagen, dass das drei sehr identische Lebensräume sind, auf die wir dort stoßen. Beim Lech ist die Besonderheit, dass hier, ich versuche es gerade noch mal mit der Maus, dass das Quellgebiet deutlich weiter zum Alpenhauptkammer hinterreicht. Wir sehen es, der Lech breitet sich hier aus und geht dann hier hinten rein, kurz bevor die, bevor es runter geht, Richtung Rheintal. Und damit ist der Lech deutlich weiter am Alpenhauptkamm als beispielsweise die Iller, die Isar oder dann auch die Salzach. Und dazu kommt der nördliche Abfluss des Lechs, der eben hier relativ straight nach Norden aufs fränkische Jura trifft mit der Donau. Und damit haben wir eine wunderbare sogenannte Biotopbrücke, wo sich dann die Tiere und Pflanzen ausbreiten konnten. Wenn wir uns solche Flusslandschaften heute noch mal anschauen wollen, dann müssen wir ganz runter ans Kartenende. Da habe ich jetzt den Tagliamento mit eingeblendet, wird auch gerne der König der Alpenflüsse bezeichnet. Und dort stoßen wir heute noch im Unterlauf auf weit verzweigte Schotterbetten und Schotterfluren, so wie beispielsweise auch Lech und Isar früher auf der Höhe von Augsburg und von München daherkamen, was heute in der Form natürlich nicht mehr so möglich ist. Und wenn wir jetzt mal einsteigen, der Lech, dann haben wir Besonderheiten von Alpenflusslandschaften. Das hatte ich gerade eben erzählt. Eine Wanderroute für Tiere und Pflanzengesellschaften. Das Ganze hat so den Status einer sogenannten Biotopbrücke von europäischer Bedeutung, sodass sich dort ein Austausch zwischen mediterranen Landschaften und dann auch dem nördlichen, also deutlich nördlich des Alpenhauptkammes liegenden Landschaften, die Tiere und die Pflanzen ausbreiten konnten. Das ist der Normalzustand früher gewesen, also einstmals. Und jetzt haben wir die Gegenwand oder die Gegenwart. Es gibt in Deutschland kaum eine Flusslandschaft, die schwerwiegendere Eingriffe zu erdulden und zu erleiden hatte, als beispielsweise der Lech. Und da kommen wir gleich nochmal mit drauf, dass es umso schöner ist, dass wir dort ganz andere Landschaften finden, als einfach Stauseeketten. Und wenn wir uns das kurz anschauen von der Umgestaltung von diesen Alpenflusslandschaften, von den Anfängen der Menschheit, klar, ich sag mal so die Sesshaftwerdung, da hat man noch in aller Ruhe am Fluss gearbeitet. Das waren Zeiträume, die waren, die entsprechen nicht unseren heutigen Arbeitszyklen. Und das Ganze hat sich dann allerdings mit zunehmender Technologisierung zwischen, also vor 100, 130 Jahren ungefähr verändert. Da ging dann die technische Weiterentwicklung einher und wir brauchten einfach stetig oder mit stetigem Flächenverbrauch für die Landwirtschaft, für Industrie und Siedlungen neue Arbeitsflächen, auf denen wir uns ausbreiten konnten. Dazu wuchs dann natürlich auch das Sicherheitsbedürfnis, sprich der Hochwasserschutz mittels Dämmen. Wir haben Flussbegradigungen, die es zu meistern gibt, die uns heute auch immer wieder das ein oder andere Hochwasserereignis verstärkt bescheren. Und wir haben natürlich den Wandel. Früher war der Fluss als solches ein Handelsweg für die Flößerei und heute haben wir dort halt eine Handelsware, nämlich das Wasser zur Energiegewinnung. Und damit sind wir sehr schnell von dem Fließgewässer eben zur Stauseekette gekommen. Das sind nur so einige Aspekte. Die Augsburger ökologischen Schriften waren für mich so die Bibel, als ich angefangen habe, mich mit dem Lech zu beschäftigen. Und da gibt es eine sehr schöne Doppelseite. Da ist dieses Bild mit drin. Das mag jetzt vielleicht erst mal ähnlich verwirrend wirken wie ein Histogramm. Ich drehe das mal kurz um 90 Grad, mache es größer und dann erkennen wir hier wunderbar, wie sich der Lech einstmals südlich von Augsburg ausgebreitet hat. Und ich sprach davon, er wurde für den Menschen nutzbar gemacht. Er wurde auch zur Stromgewinnung umfunktioniert. Und dann haben wir hier ein weiteres Bild. Da sieht man schon weitgehend die Begradigungen und es sind auch immer weniger Nebenbäche zu erkennen. Also die Schotterfluren wurden gebändigt in einen festen Flusslauf. Und so sieht es dann im endgültigen Ausbau aus. Und wenn wir uns das anschauen, das sind gerade mal über den Daumen gepeilt 60 Jahre zwischen diesen drei Bildern, die hier verstrichen sind. Das eine ist ein natürlicher Flusslauf und das andere ist dann eben die Flusslandschaft, wie wir sie heute eben vorfinden. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein. Der Buchtitel offiziell lautet eben der Lech von der Quelle bis zur Mündung. Jetzt muss man einerseits sagen, es gibt nicht die eine Quelle, es gibt eher einen Ursprung bzw. ein Tal, wo sich das gesamte Wasser sammelt. Und ich würde das Ganze heute Abend gerne metaphorisch halten, nämlich aus der Gegenwart zurück zum Ursprung. Und genau dafür wenden wir oder drehen wir die Bildstrecke jetzt um. Wir starten an der Mündung und arbeiten eben hoch in Richtung Quelle bzw. zum Ursprung arbeiten. Das untere Lechthalm von der Mündung bis hoch nach Schongau, eine ganz grobe Orientierung. Wir sprechen von Flusskilometer 0. Die Flusskilometrierung fängt immer an der Mündung an und arbeitet sich dann hoch in Richtung Quelle. Sind es die ersten circa 126 Kilometer. Ich sage deshalb circa, weil eigentlich wäre der Wechsel bei Flusskilometer 125,7. Allerdings werden wir dann glaube ich päpstlicher als der Papst. Das ist das eine und das andere ist, es gibt unterschiedliche Längenangaben vom Lech. Zwischen 251 und 264 Kilometern habe ich dort einiges gesehen und auch verargumentiert gefunden. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei der Längenangabe, was das Landesvermessungsamt von Vorarlberg vorgibt mit 257 Kilometern. Wir steigen ein, sind direkt an der Mündung unten. Wir stehen jetzt auf der linken Donauseite, Entschuldigung, doch die linke Donauseite zum fränkischen Jura hin und wir sehen auf der anderen Bildseite gegenüberliegend, ich fahre jetzt mal hier kurz mit der Maus rein, dann sehen wir hier den Lech, wie er rauskommt. Wir haben hier vorne die Donau, die entlang zieht und das sogenannte Fischerschüt, Bild, was hier noch als Restwasser und Altwasser zur Verfügung steht. Und wir sprechen heute von begradigten Flüssen, das heißt eine Flussstrecke, wie wir es vorhin in dem Bild gesehen haben, in dem Luftbild von 1924, da hat der Fluss eine Breite mit seinen Schotterfluren von über zwei Kilometern gehabt und heute haben wir eine Breite von circa 80 Metern. Und das kann, wenn es denn mal viel regnet, auch zu gewissen Problematiken führen. Das ist beispielsweise jetzt auch nochmal die Lechspitze. Ich bin nicht an denselben Aufnahmestandpunkt hingekommen, wie das vorherige Bild, weil dann würde ich ungefähr halztief im Wasser stehen, was ich bei Hochwasser persönlich vermeiden möchte. Und wenn wir dort in die Auwälder reinschauen, dann sehen wir auch sehr schön, wie die überflutet werden, mit Nährstoffen versorgt werden und wir sehen, wie das Totholz, was sich dort angesammelt hat, letztendlich auch zur Arche Noah von Kleinstlebewesen wird und damit als Rückzugsort zum Überleben dienen kann. Lechsend, die Ortschaft, bezeichnet das frühere Lechende vor den Korrekturen, sehen wir hier jetzt auch nochmal mit dem Hochwasser und wir sehen auch Restwasserflächen bzw. Auwälder auf der rechten Bildseite und da sehen wir auch, wie sich gerade das Totholz ansammelt und dann den Weg in die Donau findet. Und wenn wir uns jetzt einfach mal von der Blickrichtung um 180 Grad drehen, dann hat sich glücklicherweise auch das Wetter bereits angepasst und wir haben jetzt einen Sonnenaufgang morgens direkt bei Lechsend. Und das Interessante ist, wenn man hier im Bayernatlas die Karte durchschaut, dort werden dort die Flurnamen angegeben mit Weingarten. Und das ist, wenn man sich mit den Heimatpflegern unterhält, eine überlieferte Ortsangabe bzw. auch Bebauungsform aus der römischen Zeit. Fand ich ganz interessant, weil Wein findet dort heute definitiv keinen Anbau bei den Temperaturen, die wir aktuell haben. Was wir früher auch sehr viel flussbegleitend hatten, wir haben das in dem Luftbild gesehen, waren sehr viele weitverzweigte Wasserarme und so stoßen wir heute in den Auwäldern immer noch auf einzelne Restwasserbäche oder Wasserläufe. Was wir eher antreffen im Auwald in der Region, sind dann Wirtschaftswege, die für unterschiedlichste Zwecke und Funktionen herhalten. Von der Mündung springen wir jetzt mal kurz 17 Kilometer flussaufwärts. Und hier wird, glaube ich, sehr gut sichtbar, wenn wir von einem ehemaligen Fließgewässer eben zum Staugewässer sprechen oder kommen. Das ist jetzt auf der Höhe von Elgau. Und sehr spannend finde ich es jetzt, wenn wir hier links aus dem Bild rausgehen, dann kommen wir an die sogenannte Münsterer Alte. Und da sehen wir dann gleich wieder ein ganz anderes Bild und kriegen auch eine Vorstellung davon, was früher mal Auwälder und flussbegleitende Bachläufe und Bachsysteme bedeutet haben können. Das ist für mich immer noch so ein Kleinod, wo ich morgens manchmal ganz gerne stehe. Wir sind ein Stückchen weiter oben, nördlich von Gasthofen bei Stettenhofen und hier sehen wir auch wieder weite Schotterfluren. Das hat jetzt einen ganz einfachen Hintergrund, dass es dort Schotterfluren gibt. Dazu müssen wir aufs nächste Bild wechseln. Dann kommen wir nämlich an den Lechkanal. Und der Lechkanal, da fließt heute die Hauptlast des Wassers zwischen Gasthofen und Meitingen und wird dann eben zur Energieversorgung genommen und hat in früheren Zeiten dort ab 1900 dann auch den Strom für die ehemaligen Farbwerke höchst geliefert. Heute ist es der Industriepark, der dort ansässig ist. Und auch hier gilt das Gleiche wie gerade eben schon mal. Wenn wir uns jetzt links und rechts des Flusses bewegen, merken wir sehr schnell, dass die Natur doch ihren Lauf nimmt und ihren Weg findet. Sei es Familie Biber oder dann auch Altwasser, die sich hier auch immer wieder aufstauen und zurückbleiben. Oder dann auch Urwälder. Ich sage mal der Auwald als Urwald, wie er sich ausbreiten kann. Und da finde ich es ganz interessant, Auwälder haben für mich so noch den Hauf von Wildnis. Und mit Wildnis bringen wir auch immer ganz gerne in, wie soll ich das sagen, in Erinnerung. Das ist unberechenbar, unübersichtlich, das ist ein unproduktiver Bereich, der ist ungepflegt, undurchdringlich, unordentlich. Das ist unheimlich, das ist ungezähmte Natur. Jetzt könnte man auch von einer Wildnis als negierte Welt sprechen. Das ist die andere Welt, mit der wollen wir möglichst wenig zu tun haben. Und da möchte ich ganz gerne schnell auf den amerikanischen Naturphilosophen Edward Abbey verweisen. Er sagte einstmals, Wildnis ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit, ein Teil des menschlichen Geistes und ist ebenso wichtig für unser Leben wie gutes Wasser und gutes Brot. Und das finde ich sehr vielsagend, in einer Zeitepoche, wo wir versuchen, alles zu kultivieren, alles einer Funktion und einem gewissen Zweck zuzuführen. Hier kann Natur einfach nach Natur sein. Wir sind jetzt mittlerweile schon im Stadtgebiet von Augsburg und sind in der Wolfzernau, beziehungsweise im Zusammenfluss von Wertach und Lech. Der Lech kommt von der linken Seite, die Wertach kommt von der rechten Seite. Und wenn wir jetzt den Auwald, die Spitze da vorne anschauen, dann sehen wir, dass dort auch ein kleiner Lichtblick ist, also Lichtblick im Grünen in Anführungszeichen. Ich versuche es hier mal kurz darzustellen. Hier kommt dann der vereinte Stadtbach mit dem Proviantbach raus. Und da stoßen wir dann auch gleich auf eine der Augsburger UNESCO-Weltkulturerbestätten, nämlich dieses Wasserkraftwerk. Und bei Wasserkraft Naturschutz, das sind oftmals so zwei Spannungsfelder, zwei Positionen, die sehr intensiv vertreten werden. Und während die Naturschützer sich einsetzen, dass möglichst viel Wasser ohne Wasserkraft den Fluss passieren kann, damit auch die Tierwelt und die Fauna was davon hat, sind die Energieversorger verständlicherweise daran interessiert, dass möglichst viel Wasser durch die Kraftwerke läuft. Interessant finde ich dann immer wieder, wenn man auf solche Bilder stößt. Das wirft dann für mich immer wieder ein paar Fragezeichen mit auf. Und von dort aus gehen wir auch gleich weiter. Jetzt, falls ihr auf die Idee kommt, Bali mitten in Augsburg? Nein, es ist der Proviantbach unten in Teilen des alten Auwaldes. Und das hat für mich auch wieder so einen richtigen, ja, auch schon einen Hauch von Wildnis im Grunde genommen. Das Weltkulturerbe habe ich gerade eben schon angesprochen. Im Fließgewässern, sprich von Kanälen, die durch die Stadt führen. Im rechten Bild sehen wir dann auch einen schönen Überleiter. Der bringt oder trennt Trinkwasser von Brauchwasser frühemals am unteren Brunnenberg beim Lilium. Und wer sich für das Augsburger UNESCO-Weltkulturerbe interessiert, da gibt es aus dem Kontextverlag sehr schöne Literatur, die das Ganze eben nochmal in eigenen Bildbänden letztendlich betrachtet. Wir gehen ein Stück weiter, bleiben am Fluss selbst, stoßen auf den Hochablass, der auch seit gut 1000 Jahren in der Stadtgeschichte Erwähnung findet. Es ist die Nummer eins im Weltkulturerbe und von dort aus wird ein Großteil des Wassers abgeleitet, das dann eben in die Kanäle nach Augsburg geht. Links sehen wir jetzt den Hochablass nochmal mit einem sommerlichen Hochwasserereignis, das gerade abfließt. Und auf der rechten Seite sehen wir eine schematische Darstellung in der Anlehnung der Stadt Augsburg, auf circa 170 Kilometer Fließgewässer, die mit dem Lech, der Werthach und der Singold als drei Hauptflüsse dann eben Augsburg passiert. An den Süden oder an den Hochablass schließt gleich der Siebentischwald mit an. Dort sind wir unter anderem auch jetzt gleich wieder am UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind hier am oberen Galgenablass und dort wird unterirdisch mitten im Düker auch wieder Brauchwasser und Trinkwasser voneinander getrennt. Und an den Siebentischwald schließt unter anderem auch der Botanische Garten von Augsburg an. Da sind wir hier im japanischen Garten und wir sehen, wie jetzt Lechwasser tröpfchenweise zugeführt wird, um dann auch ein gewisses, ich sag mal, Gartenerlebnis genießen zu können. An den Siebentischwald schließt dann gleich der Stadtwald an. Der Wald 2024 in Deutschland prämiert ist der größte Auwald, der in Bayern noch verblieben ist und dort haben wir dann auch wieder einzelne Freiflächen, Heideflächen, auf die wir dort stoßen. Und wir haben natürlich auch jede Menge Quellbäche, die dort in den ehemaligen Schotterfluren ihren Lauf nehmen und dann, wie gerade eben in der schematischen Darstellung gesehen, dann in Richtung Stadt fließen und später dem Lecht zufließen. Links und rechts begleitend zum Stadtgebiet und auch südlich und nördlich des Stadtgebietes haben wir dann noch Weiher, also sprich ehemalige Kiesbaggerseen, die dann nach ihrer, also zum Ende ihrer Produktivität in Naherholungsgebiete und Freizeitgebiete überführt wurden. Hier sind wir jetzt gerade am Weidmannsee auf der Höhe von Kissing und da sind auch noch jede Menge kleinere Inseln für die Vogelwelt mit drin. Das ist zum, für den Fotografen manchmal ein Leitwesen, wenn nämlich vorne das Wasser gefriert und man denkt, ah man kriegt im hinteren Teil des Sees noch so richtig schön die Eisschicht, die Bäume schön eingeeist alles, dann hat man dort auch ein gewisses Treiben auf dem Wasser und denkt sich, ja ich hätte es jetzt ganz gerne ohne Vogelwelt. Wir sind noch weiter flussaufwärts unterwegs, jetzt zwischen Prittriching und Unterbergen und dort stoßen wir auf den verlorenen Bach, der mal mehr, mal weniger Wasser führt und heute auch Teile der sogenannten Friedberger Acht, die dann an der Lechtleite am Ostufer verläuft, letztendlich mit nähert. Und wenn wir von dort aus weiter Richtung Landsberg ziehen, dann kommen wir an die sogenannten Hurlacher Wasserfälle. Und im Rahmen des Projektes war ich einige Male an diesem Ort und ich war vormittags, ich war nachmittags, ich habe es, ich weiß nicht warum, immer nur bei strahlend blauem Himmel geschafft und bin dann abends los aus Augsburg und denke mir, ja das heute, das könnte hinhauen. Bin auf der B17 Richtung Süden, es regnet in Strömen und ich denke mir, naja gut, irgendwie, das kannst du eigentlich auch knicken, dreh um. Habe ich dann doch nicht gemacht und als ich angekommen bin am Parkplatz, hört es auf zu regnen, die Viertelstunde Fußmarsch und danach gab es dann einfach diese Wolkenpracht und das Ganze ist jetzt ein Panorama aus 18 Einzelbildern. Landsberg am Lech überspringen wir, bleiben direkt an den steilen Ufern, kommen jetzt auch an die Steilufer des Lechs, sind auf der Höhe von Mundraching und da sieht man auch wieder sehr schön, wie verschiedene Erdzeitalter hier in dem Hang sichtbar werden, unterschiedliche Bodenschichten. Das Ganze ist auch als sogenanntes Geotope klassifiziert und da sieht man eben, wie früher der Lech einstmals an den Prallhang anstieß und von dort aus dann das Material mitgenommen hat, an anderen Stellen wieder abgelagert hat. Heute gebändigt fehlt ihm einfach die Kraft und Dynamik, als dass er da noch wirklich Material mitnehmen könnte. Hier sieht man noch eine der Flussschleifen, im hinteren Bild links ist dann auch eines der Kraftwerke zu erkennen, oberhalb dem See. Der Fluss fließt hier eher gemächlich und hinter der Brücke geht es dann auch schon wieder direkt in den nächsten Stausee mit rein, wo dann auch die nächste Stausstufe kommt. Wer auf der B17 Richtung Süden fährt, wer ungefähr die Höhe Hohenfurcht passiert, das ist die Stelle, wo im Tal immer der Blitzer unten drin steht, in der Bushaltestelle, dann stoßen wir oben auf der Höhe noch auf verschiedenste Höhenzüge bzw. Hügel, die durchdrungen sind von einzelnen Rinnen und das zeigt wunderbar die ehemalige maximale Ausdehnung des Lechgletschers zur Würmeiszeit. Das ist die sogenannte Entmoräne und wenn wir dort jetzt einfach in dem Bild geradeaus weitergehen, dann geht es ein Stückchen runter und dann kommen wir auf den Lech oder stoßen an den Lech und dann sehen wir auch, wie tief er sich mittlerweile in der jungen Moränenlandschaft eingegraben hat, die hier seit der Würmeiszeit entstanden ist oder während der Würmeiszeit entstanden ist. Das sind circa 40 bis 50 Höhenmeter, die der Lech hier heute tiefer läuft und wenn wir jetzt dem Lech in dem Bild folgen und am linkseitigen Ufer vom Bildrand bleiben, dann stoßen wir nach einiger Zeit auf die sogenannte Wielenbachmündung und da war ich das erste Mal um 2006, da war da unten noch überhaupt kein Gras und das war die Zeit, als Bruno der Bär letztendlich die bayerischen Voralpen durchstriffen hat und ich stehe knietief im Wasser, bin am Fotografieren, habe für die damaligen Verhältnisse einen 18 Millimeter Weitwinkel drauf, was eine unfassbare Brennweite war für mich und ich sehe hinter mir nur einen braunen Schatten vorbeihuschen und denke mir, nee, also irgendwie, das kann nicht sein. Er wurde bei Garmisch zuletzt gesehen, was kann so ein Bär nachts zurücklegen? Ein gewisses Fracksausen war da, das muss ich mir eingestehen und als ich mich umdrehe, sitzt ein junger Fuchs an meiner Fototasche auf der Kiesbank und schaut, ob da für ihn irgendwas brauchbares drin ist. Von meiner Position bis zur Tasche waren es gerade mal fünf Meter, aber mit 18 Millimeter Brennweite da einen jungen Fuchs zu fotografieren, ist auch relativ sinnbefreit. Auf alle Fälle ein Erlebnis, das Jahre danach noch präsent im Gedächtnis ist. Wenn wir jetzt hier dem Wasserlauf ein bisschen rechts folgen, dann kommen wir direkt in die Wielenbachmündung hinein und dort geht es dann auch wieder im Sinne von Wildnis, unordentlich, unurchdringlich, unaufgeräumt zur Sache. Die Bäume liegen kreuz und quer, Trotholz türmt sich auf, für Fotografen ein Schlaraffenland. Und hier sind wir jetzt dann auch schon direkt die ersten 125 Kilometer oder knapp 125 Kilometer den Lech aufwärts gezogen und kommen jetzt eben an den mittleren oder in das mittlere Lechtal, das sich zwischen Schongau und Füssen mit dem Lechfall ausbreitet. Das sind dann von Kilometer 126 bis circa Kilometer 165 und dort starten wir direkt mit dem Lido von Schongau, wie die Schongauer liebevoll ihr Strandbad nennen und da hat man in der Morgen der Morgen einen wunderbaren Blick hier über den Schongauer See, der sich dort ausbreitet und wir sehen am linken Rand, wie der See um diese Landspitze rum, und nicht der See, wie der Fluss um diese Landspitze rumkommt und wenn wir dort ein Stückchen weiter gehen, dann stoßen wir direkt auf die Litzauer Schleife, die heute nach wie vor heiß, um nicht besser zu sagen, kontrovers diskutiert wird zwischen Energieversorgung und Naturschutz. Und ich weiß, am Monitor sind Hochformatbilder aber eine leichte Herausforderung, allerdings im Sinne von Intimate Landscape wollte ich hier auf den Horizont verzichten und das war für mich einfach eine Möglichkeit, wie man die Flussschleife als solches atmosphärisch auch einfach verdichten kann. Wenn ich da Nebelpassagen mit drin habe oder Nebelbänke wie morgens, dann bin ich ruckzuck wieder im Querformat und genieße es so. Das hat dann auch seinen ganz eigenen Touch, wenn man sich dort bewegen kann in der Morgensonne. Wir wechseln in die Moränenlandschaft, sind jetzt zwischen dem Lech und dem Auerberg bei Bernbeuern ungefähr auf der Höhe und da sehen wir dann auch wunderbar die Herbstnebel, die dann die einzelnen Moränenzüge, die Drumlins und die Kammes, was es halt alles am Bodenformen dort gibt, immer wieder ein recht faszinierendes Licht verzaubern und wenn wir dann mit einer Tele-Brennweite beispielsweise morgens oben auf dem Auerberg runter schauen, dann sehen wir auch sehr schön. Im rechten Bild ist es gut zu erkennen, wie die einzelnen Bodenformen dann auch wieder die Nebelausbreitung mit beeinflussen und dann kommt halt mal so die Moränenkoppe beispielsweise oben besser zur Geltung, während der Nebel dort ausgespart bleibt. Wenn wir in der Moränenlandschaft unterwegs sind, haben wir natürlich auch so Geschichten wie sogenannte Toteislöcher oder Toteis. Toteis hat sich gebildet, als sich der Gletscher zurückzog, große Gletschermassen abgebrochen sind, dort liegen blieben und dann immer wieder von Schmelzwasserströmen mit Kies umlagert wurden, das erklärt dann die heutigen Bodenformen und dadurch, dass sich dort natürlich auch viel feine Sedimente abgesatzt haben, haben wir dort heute immer noch mal Wasserlöcher, die mal jahreszeitlich gefüllt sind, sprich in den Sommermonaten oder bis zu den Sommermonaten hin und in den Wintermonaten manchmal mit austrocknen. Das ist ganz unterschiedlich und von dort aus dann auch die Moränenzüge hier auf der Höhe von Trauchgau mit Blick in Richtung Tannheimerberge und von dort aus kommen wir dann auch schnell in die Füssener Bucht. Wir erinnern uns eingangs an den Eisstausee, in dem Fall ist es der Füssener See, der hier die Füssener Bucht erschaffen hat. Der hatte seinerzeit eine Fläche von ca. 60 Quadratkilometern. Der Jürke Salon liegt bei knapp 18 Quadratkilometern. Der heutige Forgensee, der Stausee, der dort aufgestaut wurde, liegt ca. bei 15 bis 16 Quadratkilometern und ist Deutschlands größter Stausee, den wir momentan zu bieten haben. Was mir bei dem Bild ganz gut gefällt, im Vordergrund, man sieht, wie sich der Lech so dort einfädelt. Das hat einen Schluchtcharakter, das kommt nicht von ungefähr. Dort ist die ehemalige Iderschlucht verortet, die in den heutigen, ich sage mal in unserer heutigen Zeit, einfach unter dem Wasserspiegel liegt. Und da wäre meine Empfehlung, wer sich für solche Bilder interessiert, einen Blick auf den ungebändigten Lech. Er ist erschienen im Wissener Verlag und dort stoßen wir auf eine Bildersammlung auf den Nachlass des Naturforschers Heinz Fischer und der hat den Lech in den 1930er bis in die 1950er Jahre fotografiert. Und das Konvolut hinter der Nachlass umfasst ca. 900 Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wovon hier einige vorgestellt werden. Und es sind sehr beeindruckende Bilder mit dabei. Wenn wir bei Füssen, beim Forgensee sind, darf natürlich auch St. Kolloman nicht fehlen im Königswinkel. Auch hier wieder 18 Einzelbilder, die ein Panorama ergeben. Und ja, da kommt der Rechner manchmal zum Schwitzen. Auch der Fotograf, der daneben sitzt und hofft, dass noch alles verarbeitet werden kann. Ja, der Schnee muss auch irgendwo hin in den Frühjahrsmonaten. Und da sind wir jetzt direkt am Lechfall angekommen und wir bekommen eine Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn wirklich Schneemassen schmelzen. Und wenn dann nochmal Gewitterschauer im Frühjahr mit dazu kommen, dann sind wir sehr schnell auch bei Frühjahrshochwasserereignissen. Und das Ganze ist eine ziemlich braune Masse. Etwas umgänglicher sieht das Ganze dann aus, wenn die Schneeschmelze durch ist. Der Lechfall, heute fünf Stufen, die einen Höhenunterschied von zwölf Metern überwinden. Und der Lechfall in früheren Jahrtausenden, können wir uns vorstellen, war eine Schlucht, die eingeschliffen wurde. Und das Wasser stürzte ca. 100 Höhenmeter tief in diese Lechschlucht hinein. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Dazu kommt noch Kies, Sand, Kiesel, Felsbrocken, die diesen Katarakt ausgeschliffen haben. Und somit kommen wir zum heutigen Lechfall, so wie wir ihn heute genießen. Und damit sind wir im Grunde genommen schon auch durch das mittlere Lechtal durch und kommen jetzt auf den alpinen Lech zu sprechen. Und da ist es so, dass sich der vom Lechfall bei Füssen eben bis zur Quelle im Lechquellengebirge, respektive dem Lechursprung, hinzieht. Und da sind wir dann eben von Kilometer 165 fast bis Kilometer 257,8 unterwegs. Auch hier wieder Intimate Landscape lässt grüßen. Eine Aufnahme ohne Horizont bzw. ohne Himmel. Und wir merken sehr schnell, das Bild des, oder das Erscheinungsbild des Lechs verändert sich rapide. Klar, wir sind jetzt im alpinen Bereich mit drin. Wir stoßen wieder auf weit verzweigte Kiesbänke. Das aufgestaute findet hier ein schnelles Ende. Und wenn wir im alpinen Bereich mit da rein oder weiter vorstoßen, kommen natürlich, wie auch in den anderen Lechabschnitten, die wir gerade eben hatten, weitere Seitentäler mit dazu, aus denen sich das Wasser sammelt. Und da haben wir zum einen die Ammergauer Alpen, die sich teilweise in den Lech ergießen. Das ist hier mit dem Plansee das linke Bild. Und aus dem Tannheimer Bergen, einem Teil der Allgäuer Alpen kommend, haben wir hier die Filz, die sich dann über das Filztal in den Lech, ein Stück oberhalb vom Lechfall ergießt. Und wenn wir im Blick auf die Lechthaler Alpen werfen wollen, mein Tipp ist in dem Fall immer noch die Zugspitze, nicht immer noch, immer wieder die Zugspitze. Und wir sehen hier das linke Bild, den Blick in die Lechthaler Alpen hinein. Das ist von der alten Grenzstation, dieser blauen Hütte, die dort steht, zu sehen. Eine herbstliche Abenddämmerung oder dann beispielsweise einen Sommerabend auf der rechten Seite. Und da sehen wir jetzt nochmal die Tannheimer Berge. Im Vordergrund sehen wir Teile der Ammergauer Berge. Rechts davon verläuft der Plansee. Und zwischen Ammergauern und den Tannheimer Bergen, da hat sich das Lechtal tief eingeschnitten. Wir sind auf der Höhe von Weißenbach bzw. zwischen Weißenbach in Tirol und Forchach an der Johannesbrücke. Und das ist für mich der Inbegriff im Grunde genommen, wie wir den Lech heute noch als wilden Fluss erleben können. Breite Schotterfluren, weitverzweigte Arme, Totholz, das sich immer mit aufsammelt oder ansammelt. Und das in der Morgendämmerung, das ist für mich einer der schönsten Abschnitte, in denen ich mich bewegen kann. Ich habe im Rahmen des Buches dann auch gehört, Mensch Marc, du warst ja nur bei schönem Wetter unterwegs. Strahlend blauer Himmel. Strahlend blauen Himmel haben wir hier auch. Aber wir haben auch, entschuldigt die Wortwahl, sackkalte minus 15 Grad. Und das ist ganz klasse, wenn man die Winterjacke am Wochenende im Einsatz hatte. Man legt die Handschuhe raus auf die Heizung, dass die trocknen können. Dann ist man gut beraten, wenn man diese Handschuhe auch wieder in die Jackentaschen mit einpackt. Weil an diesem Tag stand ich dann ohne Handschuhe draußen. Es war erfrischend kühl. Und so bleiben mir auch diese Bilder in bester Erinnerung. Das ist jetzt Nördl, Entschuldigung, weiter Fluss aufwärts von Vorach. Und dort kommen wir dann auch schnell ins Schlapsertal. Da geht es hoch Richtung Handenjoch. Und hier erkennen wir sehr gut, charakteristisch für das alpine Lechtal, sind die sogenannten Hängetäler. Der Lech als Hauptfluss, dort floss der Hauptgletscher mit einer Stärke von über 800 Metern, hat dann auch verhindert, dass sich die Seitenbäche oder die Gletscher, die sich an den Seitenbächen gebildet haben, ins Lechtal reindrücken konnten. Und somit haben wir dort heute eben diese Hängetäler, die teilweise 100, 150 Höhenmeter höher gelegen sind, als dann das eigentliche Flussbett. Und das sieht man hier sehr schön eben aus dem Schlapsertal über das Lechtal hinweg auf den Allgäuer Alpenhauptkamm in der winterlichen Abenddämmerung. Bleiben wir im Schlapsertal, sind jetzt hier auf der Höhe vom Schlaps, dann sieht man auch sehr gut, wie Wasser sich seinen Weg bahnt und wie Erosion den Boden formt, Material abtransportiert, an anderer Stelle wieder mit anreichert, anlegt, ablegt. Und für mich war das so der erste Blick auf Arkadien, als ich hier in den Angeleboden hochgegangen bin. Da geht es dann weiter hoch in Richtung Hanauer Hütte. Und das war wirklich so, wow, auf was für Landschaften stößt man in den Seitentälern, wo mein Blick doch ursprünglich unten auf dem Lech selbst lag. Und wenn wir jetzt mal auf die andere Lechseite gehen, dann kommen wir auf der Höhe von Holzgau an den Sims-Wasserfall im Hochbach. Und dort war ein englischer Reisender unterwegs, der sagte, Mensch, im linken Bild sieht man das ganz gut. Eigentlich wäre der Fluss oder der Bachlauf vor der Felswand links abgezweigt und hätte dort in der Kurve den Fels umspült. Wenn man den vorne raussprengt, den Felsen, die Felsnase, dann hat man einen super Wasserfall, gesagt, getan, touristische Attraktionen erschaffen. Und jetzt hat man heute dort eben den Sims-Wasserfall, der sich dann oben den Weg sucht und im ganz rechten Bild sieht man ihn dann, wie er über verschiedene Kaskaden dann ins Tal Richtung Holzgau abfließt. Und wenn man das Tal jetzt weiter nach hinten geht, dann kommt man an die Rostgumpen-Alpe und dort gibt es dann auch den Rostgumpen-Wasserfall, der sich dort seinen Weg sucht. Man sieht ihn als zaghaft von der Brücke aus, die den Bachlauf überquert. Und wenn man dann der kleinen Fahrtspur folgt, dann stößt man auf den gesamten Wasserfall. Und sehr schön auf dem Rückweg lässt sich dann auch noch die Hängebrücke bei Holzgau mit einbauen. Und das war seinerzeit während des Baus oder während der Bauphase Anfang 2000 die größte Hängebrücke, die es in Österreich gab, mit einer Spannweite von gut 200 Metern. Wir passieren Steg, sind jetzt in der Lechschlucht von Tirol, die Richtung oder sich Richtung Vorarlberg hocharbeitet. Und da wird der Lech dann schon deutlich leiser, verschwindet immer wieder. Und wir sehen auch hier wieder die Hochtäler, von denen ich gerade eben gesprochen habe, hier am Bockbach, der dann in einem schönen breiten Wasserfall seinen Weg sucht. Ist in den Wintermonaten auch wieder ein sehr schöner Wasserfall, nämlich alles komplett gefroren und wird auch teilweise zum Eisklettern genutzt. Wir haben die Lechschlucht passiert, sind jetzt oben an der sogenannten Kontinentalwasserscheide. Das heißt, Wasser, das weiter östlich runter niedergeht, fließt über Lechdonau, dem Schwarzen Meer zu. Und das Wasser vom Kalberlesee, was wir hier dann mit seinen Bachläufen sehen, was der Bregenzerach oder über die Bregenzerach, dem Bodensee und da mit dem Rhein zufließt, mündet dann später in der Nordsee. Und hier oben vom Simmel aus gesehen auch ein sehr schöner Platz und vor allem auch ein sehr ruhiger Platz. Und wir haben den Blick von Wart aus, also sprich, wir haben mittlerweile Vorarlberg erreicht, in Richtung der Ortschaft Lech. Und als ich das gesehen habe, war für mich klar, Mensch, ich glaube, die Hütte kaufe ich, das wird mein neuer Arbeitsplatz. Schwierig, habe ich festgestellt, wird es dann mit der Internetanbindung. Die ist dann nicht ganz so präsent. Also habe ich den Plan relativ schnell wieder verworfen. Wir bleiben in luftiger Höhe, sind jetzt am Rufikopf oben. Und da sehen wir auch sehr schön, wie der Wasserlauf oder wie sich das Wasser seinen Weg sucht und wie man Almen früher auch geschützt vorm Wasser aufgebaut hat. Und dass sich Wasser seinen Weg sucht, sieht man auch sehr gut am Rufikopf, was ein sehr schöner Aussichtsberg ist. Wenn wir dann eben an die Wand Richtung Süden schauen, da sehen wir auf sehr beeindruckende Art und Weise, wie jetzt hier wieder das Wasser sich den Weg sucht, Erosionsformen erschafft. Und da merken wir auch sehr schnell, ein einfaches Querformat bringt uns da nicht weiter. Ich habe hier zum Hochformat gegriffen. Ich meine, dass es sieben Bilder sind, die dann eben dieses Panorama ergeben. Von Lech aus, von der Ortschaft, springen wir jetzt dann ins Zugertal. Und was sich hier ursprünglich als, oder ich sage mal vermeintlich als Querformatbild zeigt, da sind wir wieder bei diesem netten Überlagerungskreuz bei Bildschirmpräsentationen, ist auch ein Hochformat. Und wer gerade eben Peters einleitenden Worten auf dem Märzland zugeschaut hat, sage ich jetzt mal, der merkt auch sehr schnell, dass wir hier genau auf der Titelseite des Buches gelandet sind. Und das eigentliche Ziel, als ich da hochgegangen bin am Stierlochbach, das waren die Stierlochbachwasserfälle oder auch Zugerwasserfälle. Und ich bin den ganzen Tag schon unterwegs gewesen, mit dem Bus rausgefahren aus dem Tal, habe gehalten, bin nochmal 20, 30 Höhenmeter runtergelaufen und dann ging es drüben wieder einige Höhenmeter hoch, wo ich mir dachte, boah, irgendwie das ist schon schweißtreibend. Und dann entdeckte ich auf einmal am Wegesrand Himbeeren, Preiselbeeren, Blaubeeren. Und ich muss sagen, das Versüßte des Arbeiten auf einmal auf eine ungemeine Art und Weise. Es ist demnach eine Genusslandschaft. Und als ich mich den Himbeeren hingegeben habe, da habe ich dann auch genau die linke Perspektive entdeckt, sodass der Wasserfall, wegen dem ich in dieses Tal überhaupt reingegangen bin, sprichwörtlich zur Nebensache wurde. Wir haben auch hier weite Schotterfluren, die den Lech mal von links nach rechts ins Talende rüber drücken. Er wandert, ich mag mal, das ist genau das, was im Grunde genommen ein alpines Flusstal ausmacht. Und hier sind wir jetzt auf der Höhe von der Spulerbachmündung. Und wer Wikipedia aufmerksam gelesen hat, der liest dann von zwei Quellbächen, eben dem Spulerbach und dem Formarinbach, die den Lech zuweg bringen. Und genau das ist eben dieser Spulerbach, den wir hier sehen. Und wenn wir dort ein Stück weiter oben sind, dann habe ich für mich festgestellt, das ist zwar das Zugertal in Vorarlberg, aber das Ganze hat für mich definitiv Kanada-Feeling. Das erinnerte mich einfach an die Rocky Mountains. Und wir sehen jetzt hier ganz auf der rechten Seite den Bildlauf oder den Weglauf, nicht den Bildlauf, den Weglauf. Und der ist interessant, wenn wir auf der Höhe des Holzes stehen bleiben und mit der Strömung schauen, dann haben wir genau das rechte Bild jetzt vor uns. Und bei beiden Bildern, das sind jeweils Panoramen, die ich zusammengebaut habe, um einfach dieses kompakte, trotz 20 Millimeter Weitwinkel, wirklich dann auch in ein Bild übertragen zu können. Und ich muss mit Erschrecken feststellen, wir sind schon relativ weit oben im Zugertal angekommen. Wir sehen jetzt hinter den beiden Nadelbäumen hier vorne das Sammelbecken. Dort sammelt sich das erste Lechwasser und auch dort wird dann auch der Lech unterhalb der Formarinalpe auf den Weg gebracht. Und wer dort vor Ort ist und Zeit hat, da wäre mein Tipp wirklich, folgt dem Wegverlauf, der jetzt hier am rechten Bildrand da mal gute 100, 150 Meter hochführt in Richtung Steinernes Meer. Und dort finden wir dann laut Landesvermessungsamt Vorarlberg Kilometer 257,8. Und das Ganze zeigt sich dann beispielsweise hier zwischen Formaletsch und Pongalutkopf. Und das sind einfach Landschaften. Ich war hin und weg, als ich das gesehen habe. Und die Formarinalpe, die, oder ich sage mal unterhalb der Formarinalpe, weil es als Lechquelle angegeben wird, das sehen wir jetzt, ich versuche es gerade noch mal mit der Maus, hier im rechten Bild. Die ist hier vorne zu erkennen. Und der Talboden, in dem wir gerade eben noch standen, der ist hier unten. Und von dort aus geht es dann direkt hoch eben ins Steinernes Meer. Und dann haben wir hier oben diese Karstfläche. Bitte nicht verwechseln mit dem Steinernes Meer Richtung Berchtesgadener Land im Hinterland, sondern das ist jetzt hier wirklich Vorarlberg des Steinernes Meer gegenüber der Roten Wand. Und dort, je nach Regenangebot und Feuchtigkeit oder auch Schneeangebot, sämtliches Wasser, was sich dort sammelt, bringt dann letztendlich den Lech auf den Weg. Und wenn man da oben unterwegs ist, mein persönlicher Tipp, unbedingt noch zur Freiburger Hütte weitergehen und von dort aus den Blick über den Formarinensee genießen. Wir sind jetzt wirklich im hintersten Ende des Zugertals, wo der Lech seinen Ursprung findet. Und dort sind wir auch gleichzeitig, wenn wir der österreichischen oder der Sendung vom ORF folgen, neun Plätze, neun Schätze an Österreichs schönsten Platz, beziehungsweise Österreichs schönster Natur. Und damit sind wir ruckzuck 257 Kilometer am Lech entlang gewandert und haben ein Lech entdeckt, würde ich mal sagen. Ja, vielen Dank, muss ich sagen. Also sehr, sehr schöne Bilder. Ich habe die ja zum Teil schon gekannt und muss sagen, sie sind traumhaft. Also macht wirklich Lust, auch da mal hinzuwandern, hinzulaufen, zu fotografieren. Und man hat sehr viel gelernt. Ich war schon ein paar Mal in Augsburg, aber habe da nur diese kleinen Bächlein gesehen durch Augsburg durch, von daher. Nicht vergleichbar mit den Bächen in Freiburg beispielsweise, da hat es einen anderen Ursprung und auch ein etwas anderes Größenformat und das ist schon eine ganz eigene Welt. Und das Interessante ist, wenn du in Augsburg selber bist, ja, sie sind halt da. Und erst wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann sammelst du nach und nach das Wissen um die Hintergründe und merkst so, wow, klasse und das bei uns, das ist richtig schön. Hat aber auch schon eine sehr schöne Atmosphäre. Hat es, ja, hat einen komplett eigenen Flair. Und wenn ich überlege, den Hochablass, den wir gerade gesehen haben, eigentlich müsste man da viel öfters zum Fotografieren hin. Das sind keine 150 Meter von mir zu Hause und ich stelle fest, ich bin irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und verpasse mit die schönsten Lichtsituationen, die da hinten irgendwo sind. Das ist immer wieder interessant. Also sehr vielen Dank vor allem auch für den kurzweiligen Vortrag. Mich würde nur interessieren, du hast jetzt ganz oft gesagt, du baust Panoramen zusammen, um das alles drauf zu bekommen. War das, weil du das Bild verdichten möchtest oder war das, weil einfach der, du hast das 20,35, du fotografierst mit Mittelformat. Hast du oft diese 20 Millimeter nicht alles drauf bekommen? Ich denke, in erster Linie ist es das Verdichten. Ich kriege natürlich in einem Bild alles drauf, habe dann allerdings die Problematik, ich habe den Vordergrund schön groß und nach hinten verzieht oder ist dann alles immer kleiner werdend. Also versuche ich wirklich so nah wie möglich ranzugehen und merke dann, ich habe Einbußen links und rechts, ich kriege stürzende Linien mit dazu und das versuche ich dann eben zu kaschieren. Oftmals mache ich dann ein Bild links unten, links oben, rechts unten, rechts oben und montiere die. Oder wenn ich dann merke, ah, das kriege ich so gar nicht gebacken, dann gehe ich ein Stück weiter zurück, packe das 100, 200 drauf, schwenke ins Hochformat, untere Reihe durchfotografieren, obere Reihe durchfotografieren, als Panorama montieren. Okay. Das sind so die beiden Hintergründe. Ich kriege einfach eine schöne Verdichtung und dadurch, dass ich es dann auch näher ranziehe mit einer anderen Brennweite, kriege ich natürlich einen anderen Abbildungsmaßstab und habe es damit dann auch deutlich größer mit den einzelnen Naturformen und Landschaftsformen im Bild gebannt. Ich kenne es von Norwegen. Ich habe in Norwegen auch mal fotografiert mit 23 Millimeter und wunderschöne Bergketten im Hintergrund und die sind aber alle so winzig geworden. Ja. Und das hat so diesen ganzen Reiz einfach genommen. Also dann lieber ein Stück zurückgehen und wirklich ins Hochformat schwenken, Panorama ansetzen. Ob man untere Reihe, obere Reihe durchfotografiert, das ist, ich denke, da muss man einfach schauen, wo man seinen Arbeitsrhythmus, seinen Workflow findet. Ich mache auch oft, dass ich links unten, rechts oben und dann arbeite ich mich so einfach über die gesamte Bildbreite durch. Und immer so 20, 30 Prozent Überlappung und dann? Genau, 30 Prozent Überlappung und Autofokus nicht mehr verändern, manuelle Einstellung, dass ich dann wirklich einen und den gleichen Lichtwert durch das ganze Bild durch habe. Das hat man gerade eben gesehen bei diesem, wo ich sagte, Mensch, Canada Feeling, das rechte Bild, da sind die Wolken relativ schnell gezogen. Okay. Und dann hatte ich auf einmal rechts unten im Bild richtig Schatten mit drin. Da war ich mir gar nicht sicher, ob das Programm das noch sauber rausrechnet, aber da war ich doch froh, dass das hingehauen hat. Okay, schön. Genau. An den Bildern hast du auf jeden Fall gut getan. Ja, also es waren jetzt knapp. Aus 2000 Bildern haben wir dann die 198 rausgesucht fürs Bild. Und schön finde ich es eben bei solchen Gelegenheiten, dass man dann auch Bilder zeigen kann, die nicht ins Buch gefunden haben, dass man dann auch einfach mal die Zusammenhänge darstellen kann. Ja. Wir hatten jetzt zweimal eine Nachfrage wegen dem Buch, ob man da vielleicht nochmal reingucken könnte. Ich würde gleich nochmal die Kamera anmachen, dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen durchgucken und nochmal so ein paar Blicke ins Buch reinwerfen. Ich fand es auch sehr spannend, dass man jetzt auch mal bei dir gesehen hat, wie sah der Lech früher aus? Also wie breit war der Fluss tatsächlich früher? Das hat man nicht wirklich im Gedächtnis. Man sagt heute, ah ja, ist halt der Fluss. Und wenn ich dort oft mit Freunden spazieren gehe, boah, hier früher wie früher, das ist doch der Lech. Und wenn man dann die alten Bilder rauszieht, diese alten Luftbilder von 1924, dann sieht man riesengroße Fragezeichen in den Augen. Wie und was haben wir heute? 80 Meter? Jetzt muss man dazu sagen, der Zeitgeist verändert sich. Und es gibt mit Lika Libre ein Projekt, wo ein Teilbereich des Lechs wieder zurückgeführt werden soll, ich sag mal annähernd in die Verhältnisse von 1920. Das wird man so allein auch mit dem Trinkwasserschutz in der Form nicht umsetzen können. Und dennoch ist das Bewusstsein da, dass wir wieder zu mehr Ursprünglichkeit wollen, was ich sehr schön finde. Ja, also ist ja für viele eigentlich gut, also sowohl für die Tierwelt als auch für die Überschwemmungen, für die Siedlungen. Das wird ja auch sehr oft gemacht, dass dann wieder Flächen da sind, wo das Wasser sich ausbreiten kann, damit in den Orten quasi das wieder so ein bisschen kanalisiert werden kann, ohne jetzt große Probleme zu haben, weil davor und dahinter das sich wieder mehr, viel mehr bewegen kann. Ja, aber ich komme aus Köln und da haben wir ja auch ganz viel... Leid geprüft. Genau, es wird immer höher gebaut und immer enger gebaut und für die Schifffahrt und so weiter. Aber ich denke auch, da hat man mittlerweile gemerkt, es kann so nicht weitergehen. Ja, definitiv. Ich finde es trotzdem sehr spannend, das so zu sehen, auch diese kurze Distanz, also diese kurze zeitliche Distanz. Was sind 60 Jahre? Klar, Menschenleben. Nur in natürlichen Zeitabständen gemessen ist 60 Jahre eher ein Katzensprung. Und wenn man sieht, das sind gravierende Unterschiede. Ja, aber umso schöner eigentlich die Bilder, die du jetzt eigentlich bei der Mündung noch oder bei der Quelle gemacht hast. Du hast es ja genau umgekehrt quasi eingegangen und sah eigentlich drauf auch schön aus mit den ganzen Kiesbänken und den Auro-Wäldern. Also wer kann unbedingt da hochfahren, sich drei, fünf Tage freischaufeln? Das lohnt sich. Ja, sehr gerne. In welchem Zeitraum hast du fotografiert für das Buch? Also jetzt drei Jahre, zehn Jahre? Nein, 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 nein. Also die Anfrage kam 2021 vom Verlag. Mensch, könntest du dir vorstellen, hättest du Lust? Da sagte ich ja unbedingt und ich dachte, das wird ein Heimspiel, weil im Grunde genommen, ich habe ja schon alles. Und dann habe ich meine ganzen Bilder zusammengesucht und habe festgestellt, ja, ich habe viel vom Lech und ich habe viel immer, vor allen Dingen immer das Gleiche. Und dann habe ich intensiv anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre fotografiert und in der Zeit habe ich die Bilder zusammengetragen. Das ist auch, glaube ich, das, was man auch teilweise unterschätzt, also wo du jetzt vorhin auch gesagt hast, du kriegst ein Projekt und man fotografiert mal und wie viel Zeit eigentlich drin steckt. Das ist, ich glaube, man hat das bei den ganzen Tierfotografen eigentlich mal auf dem Schirm, dass die unwahrscheinlich lange auf gewisse Situationen warten müssen, Geduld haben müssen. Und das zu fotografieren ist, ist aber in der Landschaft ja eigentlich sehr ähnlich. Wie du vorhin noch erzählt hast, bevor wir ja gestartet haben, einfach die Lichtsituation, die du haben möchtest. Also es liegt ja unglaublich viel auch am Licht, das heißt, gehe ich jetzt früh morgens hin, gehe ich abends hin, diese ganze Lichtstimmung, wenn die Sonne quasi durch den Nebel durchgeht. Erstmal Nebel haben, das ist ja auch wiederum die Problematik. Also bei manchen Sachen hat es wirklich einmal hinfahren, bam, passt, habe ich im Kasten. Und bei anderen Sachen, also gerade die Hullacher Wasserfälle, sie sind nicht wirklich weit weg von Augsburg, das ist gut machbar, aber es waren halt doch achtmal anfahren, bis ich dann das Licht hatte, was ich haben wollte. Obwohl der Wetterbericht Passendes vorhergesagt hat. Das Wetter hat sich nicht unbedingt an den Wetterbericht gehalten. Und es sind immer schon ganz schöne Strecken. Der Lächel ist ja erstaunlich kurz, muss ich sagen, also bis dahin hin. Aber trotzdem, wenn du jetzt jedes Mal hinfährst. Es summiert sich, es summiert sich, ja. Das glaube ich auch. So, ich würde sagen, wir tauschen nochmal kurz die Plätze. Ich habe dir das Buch vorbereitet und dann können wir auch hier schon mal drauf schauen. Gut. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut beurteilen, weil ich das jetzt hier real gesehen habe oder ihr alles digital seht, aber das Buch ist schon von den Bildern. Es hat nochmal den gewissen Kick eigentlich, dass man jetzt die Bilder sehen kann, die gedruckten Bilder. Also da mein Dank an den Tecklenburg-Verlag, die sich dann nochmal hingesetzt haben. Und das wirklich dann aufs Papier abgestimmt haben. Das war schon das eine, die Bilder zu Hause am Monitor zu sehen, ist das eine. Aber dann auch wirklich nochmal in gedruckter Form, in Buchform, in der Hand zu halten. Das war schon auch wow. Herzklopfen. Das glaube ich gerne. Und das, vor allen Dingen, da steckt auch immer schon nicht viel Arbeit mit drin. Das ist aber auch ein bisschen, hat ein bisschen Übergröße, oder? Das sind jetzt 30 auf 24 Zentimeter. Okay. Ich kann ja gerne mal ein bisschen durchgehen, um mal zu schauen. Machen wir das, was man jetzt bei Amazon mal digital machen kann. Mal händisch. Genau, wir haben nach dem Schmutztitel kurz angefangen. Einfach mal der Lech als solches hier, den Forkensee. Klar, auch hier wieder ein Panorama. Und von dort aus gehen wir dann aufs Inhaltsverzeichnis. Und starten von dort mit zwei Vorworten. Einmal vom Naturpark Tiroler Lech. Und das andere vom Bund Naturschutz, die sich beide sehr einsetzen, neben verschiedenen anderen Organisationen, dass der Lech sehr naturnah bleibt. Danach habe ich noch kurz ein paar Zeilen geschrieben zu meinem Verhältnis zum Lech, wie ich überhaupt an den Lech gekommen bin und was ich dort alles erlebt habe. Das war auch sehr spannend. Und dann legen wir los mit dem ersten Kapitel, eben wie sind wir überhaupt, oder wie ist diese Landschaft zustande gekommen. Wir sind dann kurz in der Eiszeit mit Bildern aus Island und Spitzbergen. Wir haben eine Karte mit drin, in der dann auch nochmal kurz die maximale Eisausdehnung während der Würmeiszeit hinterlegt ist. Und von dort aus sind wir dann relativ zügig über die Formentstehung. Dann beim alpinen Wildfluss, noch ohne Zutun des Menschen, bis wir dann eben in die Jetztzeit kommen, der moderne Fluss, wie er sich dort ausbreitet. Und von dort aus geht es dann weiter. Jetzt schaue ich gerade nur genau. Da haben wir hier den Kapitelstart, sind direkt im oberen Lechtal. Und hier haben wir dann auch nochmal den Blick runter. Hier unten ist wieder die Formarienalpe zu erkennen, von der wir gerade eben gesprochen hatten. Das heißt, in diesem Becken unten sammelt sich das Wasser und fließt dann über das Zugertal raus. Und jetzt schaue ich gerade mal. Also da muss man sagen, ein schöner Mix eigentlich aus vielen Informationen, was du jetzt auch bei deinem Vortrag eigentlich wunderbar gemacht hast. Man lernt sehr viel, was man jetzt auch teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber auch unglaublich schönen Bildern. In dem Fall jetzt auch schönen großen Aufnahmen, wo man sich so ein bisschen drin verlieren kann, wo man ein bisschen so durchwandern kann und auch Details raussuchen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wer dieses Buch haben möchte, es kam eine Anfrage von Bernd. Ihr kennt euch und ob du ihm ein Buch mitbringen kannst. Kann ich gerne organisieren. Ansonsten schreibt uns gerne an und wir können euch auch das Buch zuschicken. Und genau, dann was wird das Buch kosten? Liegt bei 34,50 für 184 Seiten. Also muss man sagen, wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für die Arbeit, die da drin steckt, definitiv. Also zwei Jahre Arbeit, auch die ganzen Recherchen und so weiter. Die ganze Fahrt, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine schöne, ich glaube, man hat dann für die schönen Wintermonate, die ja dann irgendwann wieder kommen. Genau, die langen Winterabende kommen und da gibt es viel zu entdecken. Vor allen Dingen auch viel zu entdecken, wo man sich selbst auf den Weg machen kann und selber Landschaft vor Ort entdecken kann. Genau. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr noch Fragen? Oder kommt ihr selber vielleicht aus der Nähe von Landsberg oder von Augsburg? Habt ihr selber schon mal ein bisschen fotografiert? Vielleicht gibt es da ein paar Tipps, wo man da vielleicht nette Positionen hat in der Nähe von Lech? Es gibt, also wer bei mir beispielsweise auf die Homepage schaut, der findet dort in der Galerie noch eine Liste mit Artikeln in der Naturfoto, die dort erschienen sind, eben fotografieren. Jetzt nicht explizit am Lech, aber in der Rubrik Landschaft im Fokus. Und da haben wir die Litzauer Schleife mit drin. Demnächst kommt was über den Forgensee. Also da sind verschiedene Positionen mit angegeben. Und schämen, wer Böses denkt. Allerdings arbeite ich auch insgeheim für 2025, wird es wohl nicht mehr hinhauen, aber für 2026 eine Fünf-Tagestour als Fototour-Exkursion, oben von Lech ausgehend, wo wir uns dann einen Großteil dieses Kanada-Feelings zuwenden können. Da muss man sagen, das machst du öfter, dass du eigentlich Fototouren unternimmst? Fotoreisen, Foto-Exkursionen, sei es mit Volkshochschulen oder dann mit einem Reiseveranstalter, wo ich unterwegs bin, ja. Das hast du aber alles auf deiner Homepage nochmal verlinkt. Steht alles auf der Homepage drauf, ja. Also ich werde bei dem YouTube-Video das Ganze nochmal unten verlinken. Also ich werde deine Homepage drauf machen. Ich werde nochmal schauen, wir sprechen nochmal, was wir da nochmal mit drunter setzen können. Auch den Kontakt zu uns wegen dem Buch oder auch zu dir, je nachdem. Und wer auch mal Interesse hat, vielleicht an einer ausgedehnten Fotoreise. Welche Fotoreisen hattest du in der Vergangenheit gemacht? Als wir jetzt die Vernissage hatten beispielsweise letztes Jahr im November mit den Deutschlandbildern, bin ich am nächsten Tag direkt zum Flughafen und dann in den Oman. Da mussten wir das Fahrzeug noch an den Ausgangspunkt bringen. Das hieß für mich dann erstmal 1000 Kilometer durch Oman durch, was eine sehr schöne Tour war. Und anschließend sind wir dann mit mehreren Fahrzeugen komplett durch die Roba Alkali gefahren. Und da lag der Schwerpunkt eben auch auf der Wüstenfotografie daneben. Gibt es schon welche, die du vorhast? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, das war einfach eine schöne Sache. Morgen geht es mit einer Volkshochschulgruppe auf die Zugspitze zum Sonnenuntergang. Und verschiedene Sachen sind immer so am werkeln. Okay. Also ich werde auf jeden Fall den Link zu deiner Homepage mit reinmachen. Also wer mal Interesse hat an spannenden Fotoreisen, mehrtägigen oder ich denke mal eine Woche, 10 Tage, 14 Tage. Gerne. Gerne mal drauf gehen. Also ihr habt den Markt jetzt schon mitbekommen. Also ich kenne ihn jetzt schon länger, ein unwahrscheinlich sympathischer Mensch. Und man kann, glaube ich, sehr viel lernen. Und es macht, glaube ich, viel Spaß. Also das ist, glaube ich, es ist auf jeden Fall sehenswert. Gut, wenn von eurer Seite keine Fragen mehr da sein sollten, ihr habt noch die Möglichkeit, dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt gleich auch noch ein Bierchen. Gerne. Hier oben ist nämlich auch wieder etwas wärmer geworden.